Neunjähriger klaut mit seiner Schwester ein Auto und fährt weg. Wo wollen sie hin? Vielleicht, vielleicht ein Eis. Ja, tolle Idee. Wie kommt er mit seiner Körpergröße ans Gaspedal? Egal, jetzt kommt der Hammer. Ja, fast ins Restaurant. Wir sehen gerade, da raucht was. Gut gemacht, Kids. Einfach mal einen Unfall gebaut. Wir brauchen mal zu unserem Einsatzort bitte eine Feuerwehr, weil hier ein Auto in Flammen steht. Feuerwehr, weil das Auto in Flammen steht, ja? Boah, ich sehe, wie das Auto in Flammen steht. Aber die Polizistin ist eh ein bisschen verwirrt. Guckt euch das an. Wie heißt ihr denn, ihr beiden? Lola und Tim. Ah, okay. Lola und Tim. Sehr schön. Wenn sie Lola sagt, Lola, guckt sie den Jungen an. Und wenn sie Tim sagt, und Tim, guckt sie das Mädchen an. Polizistin ist ab jetzt meine Lieblingsschauspielerin. Wir konnten es nicht aushalten und haben Mamas Auto genommen, weil wir richtig viel Hunger hatten. Ihr hattet also richtig viel Hunger, ja? Und warum lasst ihr einfach das ganze Essen still und haut ab? Keiner würde das tun. Danke, hinterlasst ein Abo.